So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 13.8.2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngst markierten Allzeithochster im DAX zum Thema machen, der jetzt sich auf den Weg in Richtung 16.000 aufgemacht hat, die 15.900er Marke also erbrechen können. Die jetzt kontinuierlich fortwährende Nachfrage, die in den Markt kommt, die den Markt auch oberhalb eben der 15.900er Marke hier stabilisieren kann, gestern auch sicherlich die Squeeze mitgetragen hat, ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass wir jetzt Absicherungsgeschäfte sehen dürften vom Optionsmarkt mit Ausblick auf die kommende Woche, wo wir den kleinen Verfall an der Eurex eben tatsächlich haben und ja, schauen wir einfach mal, wie sich die Situation weiter darstellt. Gestern fragte jemand unter dem Morning Meeting von gestern war es, genau, stellte die Frage, wo denn oder wie tief es denn gehen könnte im Hinblick auf die Volatilität, weil ich dort ja dann die Einschätzung gegeben hatte, schon seit längerer Zeit und auch nicht müde wäre, das immer wieder zu unterstreichen, hier Absicherung zu tätigen, Absicherung zu kaufen, also den Volatilitätsindex, den WIX auf den S&P 500 an der Stelle eben eher long zu handeln und was denn da los sei. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich persönlich bin selber überrascht hinsichtlich dessen, was wir dort zu sehen bekommen, denn das ist eine erstaunliche Sorglosigkeit wirklich mit diesem Drop jetzt in Richtung der Jahresties und das ist insofern erstaunlich, also unter normalen Umständen, in Anführungsstrichen panken wir das mal, wäre es mit Sicherheit so, dass ich sagen würde, nun ja, also vor allem Volatilität, Sorglosigkeit, Longseite zu favorisieren und gut ist, aber mit Ausblick auf eben den Monatsschluss und das Jackson Hole Symposium scheint sich der Markt sehr sicher zu sein, dass dort entweder keinerlei Kommunikation hinsichtlich einer zeitnahen Reduktion der Anleiheraufkäufe in irgendeiner Form eben kommuniziert wird oder aber dass selbst wenn sie kommuniziert würde, dass das eben keinerlei Problem darstellt, weil einfach genügend Liquidität vorhanden ist und ja, also wir werfen heute einen Blick drauf, was wir daraus schließen können. Wir haben auch parallel dazu noch einen Einzeltitel, der gestern wirklich Outstanding Crushing Earnings präsentiert hat, auch im Kerngeschäft, also Core Business. Disney hat wirklich massiv überzeugen können, scharfes Gap-Up, knapp unterhalb der Allzeithochs, also 10 Dollar unterhalb der Allzeithochs. Die Aktie aktuell könnte einen ziemlich starken Lauf eventuell heute sehen oder auch dann in der kommenden Handelswoche mit Ausblick, wie gesagt, auf die Allzeithochs, vorausgesetzt der übergeordnete Markt bleibt eben ruhig. Auch darauf blicken wir natürlich, bevor wir ganz offiziell starten, natürlich hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesen- und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren und der Hebeleffekt im Trading, der kann für einwirken, gegen einwirken. Abhängig eben von dem persönlichen Risikoprofil entscheide man, ob man sich für den Handel eignet, ob der Handel mit diesen Produkten eben für einen in Frage kommt. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com.de. Dort findet ihr auch alle Informationen hinsichtlich der kompletten Produktpalette von Markets. Multi-Asset-Broker, sprich es sind nicht nur Devisen und CFDs, sondern ihr habt eben auch Zugang zu physischen Aktien an dieser Stelle, beispielsweise ETFs und dergleichen, so far and so forth. Also in diesem Zusammenhang schaut gerne auf der Webseite vorbei, beziehungsweise kontaktiert gerne die Elena für Fragen hinsichtlich eben markets.com. Mich kontaktiert gerne jederzeit, sei es in der Chatbox unterhalb des Videos oder im Forum auf meiner Webseite, jötge-trading.com, oben den Tab Forum oder aber über Twitter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Discord-Community, besonders für US-Equities, die sich dort eben anbietet. Schaut dort gerne ein, schaut dort gerne vorbei, stellt eure Fragen und teilt eure Einschätzung zu den Märkten, wenn ihr zum Beispiel auch sagt, ich bin überhaupt gar nicht deiner Einschätzung hier diesbezüglich, sehe ich das komplett anders. Ich würde mich vorhin auf jeden Fall mit euch dort einen entsprechenden tradingtechnischen hochqualitativen Austausch eben aufzubauen. Und so, jetzt switchen wir rüber hier einmal in die MarketsX-Handelsplattform. Wie auch schon die letzten Male will ich hier an dieser Stelle einmal den Link teilen für alle diejenigen, welchen, die sich die Plattform mal näher betrachten wollen, sich die runterladen möchten. So, ich stelle das mal eben ganz kurz hier ein. MarketsX-Doppelpunkt, zack. So, also, da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend die Plattform kostenlos runterzuladen und entsprechend die Funktionalitäten zu nutzen. Wie gesagt, wir werden gleich bei Disney sehen, hier oben ein wichtige Kennzahlen-Profil. Da gibt es eben nicht nur, auch sehr interessant übrigens, da fällt mir jetzt gerade ein, sollten wir einen Blick drauf werfen. gestern gab es einen Downgrade von Micron, nämlich von Morgan Stanley. Und das hat ziemlich einen Abgabedruck nach sich gezogen. Ziemlich interessant. Die Aktie hat sich dann allerdings fangen können in den Abend und dann hat sie die 70er-Marke eben tatsächlich zurückerobern können. Könnte auch ein ganz interessantes Play eben tatsächlich werden, weil die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist, ob hier das nicht, besonders vor dem Hintergrund der jüngsten Price-Action, dieser starken Abgaben, die wir im Semiconductor-Bereich auf breiter Front gesehen haben. Also starke Abgaben, das hört sich so bärisch an. AMD ist ja sehr dynamisch auf neue Allzeithochs gebrochen, sah dann einen sehr scharfen Pull-In nach dem scharfen Anstieg, der sich für ein Longplay eben angeboten hat. Micron, die nicht direkt positiv korreliert, aber stark positiv korreliert natürlich zu AMD, weil es auch der Halbleiter-Bereich ist, hat dann ebenfalls starke Abgaben gesehen. Gestern diesen Flashout nochmal auf der Unterseite nach diesem Downgrade von Morgan Stanley. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ja, sehr gut. Schauen wir auch nochmal drauf natürlich. Und soweit allerdings erstmal rein von der Einführung und dann schauen wir uns das gleich hier an dieser Stelle über die jeweiligen Tabs da oben an. Ich mache jetzt erstmal hier die Charts groß. Ja, wenn ich das wüsste, Jürgen fragt, brechen die Märkte bald ein, wie im März 2020. Also ich glaube, dass man Vorkehrungen getroffen hat, dass das nicht passiert. Zumindest nicht zeitnah. Was wir in 2020 ganz besonders gesehen haben, war ein Liquiditätsengpass, der entstand. Das bedeutet also etwas anders formuliert, dass wir hier einen massiven, jetzt war ich gerade irritiert, ich dachte mir jetzt bei 15.800, aber ich habe da die neuen nicht gesehen. Okay. Das heißt also, dass die Menschen ausgehend von dem dann eingeleiteten Lockdown und den entsprechenden Runterfahren der Wirtschaft natürlich weiter ihre Verbindlichkeiten eben haben bedienen müssen. Allerdings die Einnahmen auf der Kehrseite eben komplett weggebrochen ist, weil der Handel ja global zum Erliegen eben tatsächlich gekommen ist. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir dann entsprechend alles zu Cash gemacht sehen, was eben entsprechend zu Cash gemacht werden kann. Und dieser Liquiditätsengpass, der entstanden ist, resultiert ja auch durch den massiven Hebel, den man im Hinblick auf den US-Dollar als Weltreserve-Währung einfach fährt. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir, jetzt mal sehr plump gesprochen, sehr einfach gesprochen, wir sehen zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen Scheich. Wir nehmen einen Scheich, der zum Beispiel Öl handelt, beziehungsweise verkauft, Öl fördert und entsprechend Öl eben verkauft. Und der dann eben über den Verkauf des Öls entsprechend eben von dem jeweiligen, sagen wir mal, Importeur, Ölimportier, eine Million US-Dollar bekommt. Dann geht er mit der eine Million US-Dollar, geht er zu seiner Bank, sagen wir mal, in London und zahlt die entsprechend auf seinem Konto ein. Sagen wir, es ist die Deutsche Bank. Deutsche Bank, Filiale in London eben tatsächlich zahlt die entsprechend ein. Und dann sagt die Deutsche, kein Problem, haben wir den Konto eingerichtet, jetzt haben wir die Million hier eingezahlt, eine Million US-Dollar. Und dann geht eben entsprechend dann der nächste Unternehmer her, irgendwo an einem anderen Ort, beispielsweise, sagen wir mal, ein Bauholzunternehmer. Und der verkauft Bauholz eben an dieser Stelle. Jetzt muss der aber erstmal, um sein Business aufzubauen, braucht er natürlich Geld, geht zur Deutschen Bank jetzt zum Beispiel und sagt, ich bräuchte eine Million US-Dollar an der Stelle. Dann sagt die Deutsche, pass mal auf, wir können dir hier tatsächlich erstmal 900.000 geben. Ja, und dann gucken wir von mir aus jetzt mal sehr einfach gesprochen, wie sich das Geschäft weiterentwickelt. Und dann packen wir die letzten 100k dann drauf, wenn entsprechende Vorgaben erfüllt sind, beispielsweise. Jetzt nehmen Sie also von der Million, die der Scheich eingezahlt hat, 900.000, halten nur 100.000 vor. Und dann entsprechend der Bauholzunternehmer, haben wir mal aus Russland, beispielsweise, der verkauft dann entsprechend eben sein Bauholz, hat entsprechende Einnahmen und zahlt dieses Geld ein, beispielsweise bei seiner russischen Bank dann, also bei der Deutschen den Kredit aufgenommen, hat aber auch noch eine russische Bank und zahlt die eben einen bei der Sperrbank zum Beispiel. Die macht genau das gleiche Spiel. Also das heißt, die verleiht ebenfalls wieder das Geld. Und so entsteht ein, ja, riesengroßer Schneeball tatsächlich. Und das bedeutet, in dem Moment, wo der Scheich im übertragenen Sinne vorstellig wird bei der Deutschen Bank in London und sagt, hey, ich würde gerne mal eine Million wieder haben, hat die Deutsche im übertragenen Sinne die Million gar nicht da. Also das heißt, die müsste sich dann entsprechend eben diese Million beschaffen. Das wird so lange kein Problem, wie die Nachfrage oder die Forderung, das Geld zurückzuerhalten, klein bleibt. Aber solch ein externer Schockmoment, wie wir ihn eben mit Corona gesehen haben, Lockdown und dergleichen, die Wirtschaft wird runtergefahren, das führt dann eben dazu, dass plötzlich ganz viele, in Anführungsstrichen jetzt mal plump gesprochen, Scheichs vor der Filiale in London eben stehen und ihre Million wieder haben wollen. Und dann entsteht eine unglaublich große Nachfrage nach US-Dollar. Das hat dann eben auch sich wieder gespiegelt im damaligen kurzen, scharfen Kursanstieg im US-Dollar. Ich will es mal kurz hier zeigen. Vielleicht. Nehmen wir mal den Euro-US-Dollar. Das reicht ja vollkommen aus eigentlich. Also, hier haben wir die Entwicklung. Wir sehen dort in den Anfang März hinein, kurzer Spike auf der Oberseite. Und dann sehen wir hier den riesengroßen Flashout, der stattgefunden hat. Also aus dem Hoch von 1,15 sind wir in der Spitze innerhalb hier von einer Handelswoche bis auf 1,06 runterverkauft worden. Also fast 1000 Pips. Und das war die starke Nachfrage nach US-Dollar als Weltreserve-Währung. Also darum spielt der US-Dollar aus dieser Perspektive eine derart große Rolle. Und was dann die FED gemacht hat in diesem Zusammenhang war, oder nein, ich will das mal ganz kurz vielleicht auch anhand von konkreten Zahlen unterlegen. Also die Schulden in US-Dollar, die um den Globus im Grunde genommen ausstanden, lagen bei etwa 12 bis 13 Billionen US-Dollar. Und das bedeutet, also jetzt anders formuliert, dass wir eine unglaublich starke Nachfrage haben, die entsprechend natürlich nur von der FED bedient werden kann. Also die US-Notenbank, die muss an dieser Stelle diese US-Dollar dann zur Verfügung stellen, um eben dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist, um diesen in Anführungsstrichen Wachstums- oder Wirtschaftsmodus erstmal weiter am Laufen zu halten. Und genau so erklären sich dann Maßnahmen, die dort verabschiedet sind, wie zum einen eben die massive Ausdehnung der FED-Bilanz. Ich will das mal ganz kurz hier auch vielleicht zeigen. Ich habe jetzt hier die Produzentenpreise schon aufgemacht, die sind gestern veröffentlicht worden, auch deutlich auf der Oberseite performt, die auch weiteren Inflationsdruck versprechen, aber da kommen wir gleich zu. Wenn wir uns Gold anschauen, wo sind wir denn jetzt hier? Money und Central Bank Balance Sheet. So, jetzt gucken wir uns das mal auf die letzten fünf Jahre an. Diese massive Expansion hier, die da hochgefahren ist, also dieser massive Ankauf von Anleihen, Zinsen in den Nullbereich zu drücken, Geld damit die Märkte zu fluten und ergänzend dazu, noch sogenannte Swap-Linien einzurichten. Also das kann man sich wie folgt vorstellen, das ist eine Errungenschaft in Anführungsstrichen von Zeiten der Finanzkrise, wo wir einen ähnlichen Liquiditätsschock gesehen haben oder einen Liquiditätsengpass, wo die Kreditmärkte entsprechend ausgetrocknet sind und sich die Banken untereinander, beziehungsweise auch dann entsprechend die jeweiligen Wirtschaftssubjekte eben untereinander kein Geld mehr geliehen haben, weil du wusstest ja nicht, welche Verbindlichkeiten hat er, kann dir die überhaupt noch bedienen, wenn er sein Business nicht mehr führen kann, weil wir jetzt in den Lockdown gehen. Und das bedeutete dann etwas anders formuliert, dass die FED gesagt hat, passt mal auf, wir haben hier Swap-Linien mit jeder Notenbank auf der Welt und wenn eure Bank Schwierigkeiten bekommt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel in Europa die Deutsche, um bei der zu bleiben, dann habt ihr überhaupt kein Problem als EZB, wir wissen ja, dass ihr weiter liquide bleibt oder solvent seid oder Geld aus dem Nichts schaffen könnt von mir aus. Und in diesem Zusammenhang, dann könnt ihr euch jederzeit jeglich benötigten Geldbetrag von uns leihen, über Nacht. Also anders formuliert, jetzt kommt der Scheich zu der Deutschen Bank, steht da am Schalter, sagt, ich möchte meine Millionen wieder haben, um jetzt mal im Kleinen zu bleiben. Und dann sagt der Schalterangestellte, einen Moment, ich muss eben mit meinem Vorgesetzten sprechen, der Vorgesetzte drückt die Kurzwahltaste zu Christine Lagarde bei der EZB, sagt, hallo Christine, ich bräuchte eine Million für unseren Kunden. Dann sagt Christine, einen Moment, kurz auf Halt gestellt, ruft bei der FED an, sagt, übertransferiert bitte eine Million. Also jetzt ganz einfach gesprochen, nur das Prinzip dahinter klar wird. Die FED überweist die Million, die EZB überweist die Million zur Deutschen. Alles gut, die Million ist bedient worden. Das Wirtschaftswunder, in Anführungsstrichen, läuft weiter. Der Wirtschaftskreislauf und wird nicht unterbrochen an der Stelle. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir hier kurz nachdem, bis zu dieser massiven Expansion gekommen ist, diesen kleinen Knick gesehen haben, hier oben. Und dass wir da so ein bisschen ausgetoppt sind, knapp über 7 Billionen US-Dollar. Das hat damit zurückzutun gehabt, dass dann eben entsprechend diese Swap-Linien und diese entsprechende Liquidität zurückgeführt wurde, weil sie nicht mehr benötigt wurde. Aber nichtsdestotrotz erkennt man eben, und das schreibt der Jürgen ja auch hin, hier schon richtig, Reserve Reverse Repo über einer Billion US-Dollar. Die Liquidität wird trotzdem weiter massiv ins System gegeben. Und es wird weiter massiv Liquidität zur Verfügung gestellt, um eben solch einem Liquiditätsengpass, den man offensichtlich erwartet, eben frühzeitig entgegenzutreten. Ich hatte in diesem Zusammenhang jetzt gesagt 12 bis 13 Billionen. Demnach gehe ich davon aus, dieser Trend, der wird sich eher weiter fortsetzen. Und wir werden über kurz oder lang entsprechend eben eine Fett-Bilanz hier von 10 Billionen und größer eben tatsächlich zu sehen bekommen. Im Hinblick auf die überschüssige Liquidität, ich überlege jetzt gerade, wie ich es am besten mache. Ich gehe mal kurz zu Twitter. Einen Moment. So, da hatte ich ja schon vorgestern, das hatte ich auch gestern im Money-Meeting jetzt zum Thema gemacht gehabt. Hatte hier, woher war es denn? Da. Diesen Tweet abgesetzt. US-Fed accepts 1 Trillion, also eine Billion US-Dollar in Reverse Repos. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, diese überschüssige Liquidität, die wird jetzt hier zu 5 Basispunkten über Nacht eben bei der Fett eingelagert. Weil die Banken, beziehungsweise eben hier das Finanzsystem gar nicht mehr weiß, was es mit der Liquidität machen soll. Es ist so viel Geld da, dass eben keiner mehr wirklich in irgendeiner Form weiß, wo er es noch investieren soll. Ob es Chancenrisikowellten ist, ob es sich technisch auch noch lohnt im Hinblick eben auf Aktienmärkte. Das wiederum lässt den Kreis dann schließen. Also jetzt mal angewandt, wenn wir die Frage erstmal beantworten wollen, brechen die Märkte bald ein. Also ob die einbrechen oder nicht, das werden wir sehen. Ich gehe allerdings eher nicht davon aus, weil man aktuell alle Weichen dahin stellt, dass genug Liquidität da ist, um solch einen Kollaps eben vorzubeugen. Tatsächlich. Und nichts anderes sehen wir hier. Und das ist eben das, was eben aus auch dann diesen 1 Billionen Reverse Repos zum Beispiel über Nacht Liquidität bei der Fett eingelagert, gestern erneut über 1 Billion, sogar knapp drüber. Eben, und da werden früher oder später auch 2 Billionen werden da tatsächlich dann stehen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Sehen wir einfach, dass man alle Register zieht, um diesen Kollaps eben abzuwenden. Und jetzt kommt es eben. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie groß müsste der Schock noch werden? Ist es überhaupt noch möglich, jetzt aktuell überhaupt einen Schockmoment zu generieren? Der in der Lage ist, trotz dieser Unmengen an Liquidität eben genügend Unsicherheit oder Liquiditätsengpässe eben tatsächlich zu verschaffen. Das ist eine gute Frage. Das ist schwer vorstellbar. Aber wenn wir eins gelernt haben, dann oder erfahren haben, auch im Laufe der letzten 20 Jahre tatsächlich, 25 Jahre vielleicht auch, zurückgehen bis Long Term Capital 1998 bereits. Wenn wir eins wissen, dann, dass es immer ein Event gab, welches nochmal die Vergangenheit in den Schatten gestellt hat. Ein schwarzer Schwan, der nochmal etwas schwärzer war, in Anführungsstrichen. Und das ist etwas, das sollten wir eben an der Stelle nicht vergessen. Ob da jetzt wirklich die Fett in Jackson Hole derart sich präsentiert, davon ist nicht auszugehen. Aber es ist zumindestens mal so, dass ich sagen würde, auch im Hinblick auf die Volatilität, es ist zumindestens mal so, dass ich sagen würde, selbst ein kurzer Moment, ein kurzes Andeuten, dass eine restriktivere Geldpolitik sich abzeichnet vor dem Hintergrund der Fragilität dessen, auf dem wir diese Rallye eben bauen hier und diese massive Liquidität, die zur Verfügung gestellt wird. Alleine ein kleines Andeuten ist locker in der Lage, mal eine Korrektur von 5 bis 10 Prozent, auch in einer relativ aggressiven Heftigkeit nach sich zu ziehen. Wir erinnern uns mal dran, wenn wir jetzt hier im Hinblick auf den DAX zum Beispiel mal schauen. Ich gucke mal eben hier. Ja, das war am 16. Juli. Ja, das deutete sich schon so ein bisschen ab. Das ist leichter austoppen, 15.16. Und dann sind wir hier am Montag massiv unter Druck geraten. Konnten uns sehr zügig wieder halt empfangen eben tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, die Abschläge, die wir dort gesehen haben, die waren dann eben in einer Größenordnung von 500 und mehr Punkten innerhalb von wenigen Stunden, wenigen Handelsstunden. Und das ist eben durchaus etwas, was uns eben hier auch bevorstehen könnte, selbst wenn es nur mal einen kleinen Hauch gibt. Wir haben in dem Zusammenhang auch gleich einen Spike gesehen im Volatilitätsindex, im WIX eben deutlich über das 20er Niveau in diesem Zusammenhang. Wenn wir mal eine etwas tiefere Korrektur sehen. Ich meine, das war ja ein Witz, ehrlich gesagt, was die US-Märkte darauf produziert haben. Da können wir auch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Also hier, das Pendant, das war eher hier. Das war die gleiche Bewegung von 4,370 runter bis in Gefilde um 4,230. Also das war ja nichts. Das waren ja mal 130, 150 Punkte in irgendeiner Form. Das war eine Korrektur kleiner 5%. Auf die warten wir jetzt seit über 190 Tagen, seit mehr als im halben Jahr. Dann warten wir jetzt darauf, dass der S&P mal mehr als 5% eben tatsächlich korrigiert. Irgendwann wird es soweit sein. Einfach schlichtweg dann, wenn die Nachfrage nach oben wegbricht. Und allerdings, ob das dann ähnliche Ausmaße annimmt wie der Corona-Crash im März, April, März ganz besonders, 20, ich würde das mal eher so ein bisschen als nicht wahrscheinlich erachten. Aber nichtsdestotrotz, ein kurzer Anstieg von Volatilität wäre durchaus in der Lage, den WIX mal verdoppeln zu lassen. Also das heißt, von den aktuellen 15, 16 Punkten den über 30 spiken zu lassen. Die Option, die besteht weiter realistisch. Und dazu ist, wie gesagt, auch locker dieses Event in Jackson Hole eben am Ende des Monats auf jeden Fall. Gut, in Anführungsstrichen. So, also das vielleicht mal so zum Gesamtkontext. Also vielen Dank für die Frage. Ganz großartig, weil es hat jetzt mal eine Möglichkeit gegeben, mal so ein bisschen auszuholen, mal zu zeigen, wie diese Einzelpuzzlestücke sich zusammensetzen können. Und dass das eben alles andere als ein positives Signal ist, was wir hier sehen. Also das ist, ich schreibe es ja auch in dem Tweet. Also hier kann man es ja sehen. One trillion USD or Weimarization. Also in Anlehnung an die Entwicklung in der Weimarer Republik. Probably nothing. Mit verdrehten Augen nach oben bedeutet etwas anders formuliert. Es ist ein großes Problem. Es schwelt im Untergrund. Und die Frage, die sich halt mittlerweile stellt, ist, wie lange können wir diese Farce fast schon, möchte man sagen, noch aufrechterhalten. Bis es dann eben zu einem massiven Durchschlagen eben auf unser aller Leben dann kommen wird. Nicht nur auf die Wirtschaft, sondern eben eventuell auf unser aller Leben. Alle Maßnahmen, die wir derzeit sehen, also wenn du es aus der Perspektive betrachtest, so wie ich es eben tue, alle Maßnahmen, die wir jetzt sehen, alle teilweise totalitären Strukturen, die etabliert werden, das Nicht-Zurückgeben der Grundrechte, welches ja jetzt auch in den Medien gespielt wird, also sofern ich es mitbekommen habe. Wie gesagt, ich hatte das schon mal vor einigen Wochen gesagt und das hat sich nicht geändert. Ich kriege das nicht mehr so mit, weil ich komplett einen Filter reingelegt habe in Bezug auf die Nachrichten, die ich mir zukommen lasse oder nicht. Also ich merke schon, dass da noch irgendwas geht und irgendwie läuft da mal ein Hashtag irgendwie in die Twitter-Timeline oder hat irgendjemand auch aus dem Finanzbereich irgendwas Politisches irgendwie retweetet. Deswegen kriegt man es irgendwie, das rauscht so mit. Aber ich merke, ich bin sehr viel ausgeglichener, relaxter geworden, seitdem ich mich nicht mehr von morgens bis abends mit Nachrichten bescheiden lasse. Aber was ich eben mitbekomme, jetzt ist eben, dass da durchaus alle Register gezogen werden, um den Menschen einen bestimmten Zwang aufzuerlegen. Nichts anderes ist das, was wir da zu sehen bekommen. Und das macht eben durchaus Sinn. Also jedenfalls, wenn du es historisch betrachtest, soll ich das etablieren eines geplanten wirtschaftlichen Umfelds? Das ist eine Planwirtschaft, die wir haben. Das macht ja nicht nur die EZB, die FED, sondern das macht ja auch die EZB eventuell noch ein bisschen strikter. Sie kann gar nicht anders ausgehen von der Inhomogenität der einzelnen Mitgliedstaaten in der Eurozone. Dann hast du einfach mal eine sozialistische Grundstruktur, die sich nur, weil sie so zutiefst gegen das Menschliche naturell spielt. Also wir Menschen sind einfach nicht gleich. Wir sind verschieden. Und wir haben auch ein natürliches Bedürfnis, der eine mehr, der andere weniger ausgeprägt, Risiken einzugehen, kalkuliert in irgendeiner Form. Wir lassen uns nicht vorgeben, wie wir zu leben haben und wie wir unser Leben zu gestalten haben. Das widerspricht unserem Naturell. Man kann uns dazu zwingen, ja, und das funktioniert für ein kurzes Zeitfenster vielleicht, uns zu unterdrücken, aber irgendwann bricht das natürliche Naturell des Menschen einfach an die Oberfläche und löst diese Ketten im übertragenen Sinne. Das spiegelt sich dann in Revolutionen wieder. Friedlichen Revolutionen, wie wir sie 1989 in der DDR gesehen haben, oder eben etwas weniger friedlichen Demonstrationen, wie man sie dann beispielsweise in lateinamerikanischen Städten zu sehen bekommt. Oder entsprechende Verhältnisse auch, wie sich die dann auch im alltäglichen Leben widerspielen. Hinsichtlich der Gewalt-Orgien, möchte man fast sagen, die da stattfinden. Aber Fakt ist einfach mal, dass du versuchst, dieses sozialistische Konstrukt eben über diese totalitären Maßnahmen zu erhalten. Und dass das miteinander zusammenspielt, ich denke, das steht ja außer Frage. Ja, und die Frage, die sich jetzt mehr und mehr natürlich beginnt, auch mir zu stellen, ist, wie lange schafft man es, diesen Deckel auf dem Topf zu halten? Denn der Unmut steigt ja. Und es ist eben so, dass wir auch alle miteinander vernetzt sind. Wir sind in der Lage, uns über soziale Medien auszutauschen, Informationen zu beziehen, die nicht mehr nur vorgefertigt und gefiltert eben dann abends ab 20 Uhr in unserem Fall bei den Tagesthemen kommuniziert werden, sondern die eben weiter darüber hinausgehen. Dass auch da diese starke Zensur einsetzt, das ist kein Zufall. Man will diese Informationen nicht oder diese plurale Meinungsbildungsmöglichkeit, dass das entspricht nicht diesen dann unterstützen oder beibehalten dieses sozialistischen Konstrukts über die entsprechenden totalitären Maßnahmen, die eben sich überall zeigen. Und also das in Kombination ist eben etwas, was mehr und mehr brodelt. Ich bin bis jetzt überrascht, dass es noch nichts zu einer Eskalation gekommen ist. Sie ist auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Risiko. Und sobald eben, wie gesagt, dieser Deckel sich nicht mehr auf dem Topf halten lässt, haben wir auch das Potenzial, bei noch aller zur Verfügung stehenden Liquidität haben wir das Potenzial, dass es einfach mal mindestens kurzzeitig zu einer, in Anführungszeichen, kleinen Explosion eben kommt. Aber nochmal, das heißt nicht, dass das jetzt heute passiert, in zwei Wochen in Jackson Hole oder drei Wochen in Jackson Hole oder in den nächsten drei Monaten. Es kann durchaus noch sein, dass das drei Jahre dauert. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, wir merken, dass es an allen Ecken und Enden spannt und zieht und sich Spannungen einfach aufbauen, die sich früher oder später potenziell entladen werden. Ja, also das einfach nur mal so im Gesamten, so wie man die Situation einschätzen könnte. Nochmal, großartige Frage, brechen die Märkte bald ein? Also ich bin jetzt ein bisschen von Höchstchen auf Stöchstchen gekommen, aber einfach mal so, dass man, also so sehe ich die Welt. Ich beanspruche für mich gar nicht, dass es wirklich so ist. Es ist nur so, dass ich diese einzelnen Puzzlestücke so zusammengesetzt sehe und bei all den Widersprüchen, die sich eben offenbaren, macht man sich ja schon seine Gedanken. Wie kriege ich das überhaupt logisch zusammen? Und die Logik, die findet sich nicht bei den verabschiedeten Maßnahmen oder dem Beibehalten der Maßnahmen oder den jetzt neu verkündeten Maßnahmen oder dergleichen, sondern da ist offensichtlich etwas Größeres am Laufen, in Anführungszeichen. Und ja, also einfach mal in diesem Zusammenhang, wie dann auch die wirtschaftspolitischen Entwicklungen, auch hinsichtlich der aktuellen Maßnahmen, auch hinsichtlich der FED, die sich da widerspiegeln, eben entsprechend einordnen lassen in die Gesamtsituation. Auch was wir in den USA sehen. Ich meine generell, man könnte auch zu dem Schluss kommen, dass, ich sag mal, Teilen der Gesellschaft, nicht nur, dass sich das besser beherrschen lässt. Eine zutiefst gespaltene Gesellschaft lässt sich einfach besser regieren, weil sich sehr unwahrscheinlich ein Kollektiv bildet, was sich gegen solche Maßnahmen auflehnt. Was ich auch interessant finde in diesem Zusammenhang, was man vielleicht nicht unterschätzen sollte, ist die Möglichkeit, in Anführungszeichen, den Deckel drauf zu halten. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir kehren wirklich zu einem wirtschaftlichen Normal zurück, bei all der Liquidität, die umgeht. Das Geld, ich glaube, Hans-Werner Sinn heißt der, also der ehemalige IFO-Präsident, der spricht immer vom Hort. Das Geld wird gehortet. Und das sieht man ja auch, wenn man zum Beispiel sich Statistiken anschaut, hinsichtlich der Bargeldvermögen, die Deutsche zum Beispiel alleine auf Girokunden halten. Das ist darin ganz interessant. Stellen wir uns mal vor, wir würden jetzt einfach von heute auf morgen sagen, die Pandemie ist vorbei. Es gibt nichts mehr. Es bleibt einfach alles. Wir machen einfach wie von vorher. Und die Leute würden dann eben aus diesem aktuellen Delirium im übertragenen Sinne plötzlich wach werden und würden sagen, okay, back to normal. Oh, guck mal, wie viel Geld ich habe. Und auf geht's. Und dann haben wir die Güterknappheit, denn du hast zwar einerseits die Möglichkeit, die Menschen aus ihrem, in Anführungsstrichen, Dornröschen oder Corona-Schlaf zu erwecken oder erwachen zu lassen, aber so schnell kriegst du die Lieferketten gar nicht mehr aufgebaut. Das heißt also, du wirst in diesem Moment ein unglaubliches Nachfrage potenziell sehen von den Menschen, die zurück ins Normal gehen und auf der Kehrseite immer weniger Güter, die in irgendeiner Form eben zur Verfügung stehen. Das heißt also, du provozierst in diesem Moment eine Hyperinflation. Es geht gar nicht anders. Also rein volkswirtschaftlich lässt sich das gar nicht vermeiden. Das bedeutet also, du musst das jetzt möglichst lange hinaus zögern, um diesen Normalitätseffekt eben zu vermeiden. Denn andernfalls hast du nämlich diese Inflation, die dann auch entsprechend natürlich einfach beginnt, sich zu verselbstständigen, die dann dazu führt, dass sich nochmal weitere soziale Spannungen eben und Missmut gegenüber dem politischen Establishment beginnt aufzubauen. Also versuchst du das möglichst klein zu halten, zumindest so lange, wie du noch nicht eine vollständige Digitalisierung deiner Währung auf den Weg gebracht hast. Dass jetzt alle Welt im übertragenen Sinne anfängt oder Notenbanken ganz besonders und Notenbankpräsidenten von der Digitalisierung des Euros zu sprechen, des US-Dollars, Blockchain-Technologie und dergleichen, Zentralbankgeld eben tatsächlich und dergleichen. Das ist kein Zufall. Denn Fakt ist, dass sich darüber natürlich hier über entsprechende Rationierungen, wie viel Geld dir zugestanden wird, sodass du es in den Wirtschaftskreislauf tragen kannst, natürlich Möglichkeiten bestehen oder beginnen zu bestehen, in den Stellschrauben zu spielen hinsichtlich dessen, was man inflationstechnisch denkt, erwarten zu können. Und das ist ebenfalls etwas, das sollte man an der Stelle nicht unterschätzen. So, also nochmal, so ein paar Gedanken einfach im Gesamtkontext, wie man die aktuelle Situation eventuell einschätzen kann. Und während ich rede, habt ihr wahrscheinlich hier auf den Chart geguckt und habt gesehen, dass der DAX jetzt vertikal auch seinen Weg eingeschlagen hat über das 16.000er Level, also neuer Allzeithoß eben eingeschlagen hat. Ziel der ganzen Angelegenheit auf der Oberseite die 16.100er Region. Ich möchte es mal ganz kurz zeigen. Für Falztagdiagramm, wie wir dazu kommen. Wird sie nicht. Wird sie nicht. Also ich frage mich, schreibt André, ich frage mich, wie die FED das jemals wieder zurücktreten wird. Wird sie nicht, kann sie nämlich nicht. Wie du schon richtig schreibst, kann sie nicht. Also das ist ein Ponzi-Scheme, das ist ein Schneeballsystem. Ja, und wie du schon schreibst, sobald du anfängst, dem System Liquidität zu entziehen, wird es zusammenfallen in sich. Und mit diesem Zusammenbruch, der sehr, sehr heftig ausfällt, und wir erinnern uns nur daran, Autopilot-Reduktion der FED-Bilanz Ende 2018, noch unter Trump. Wir erinnern uns daran, die massive Volatilität, die damals in den Markt gekommen ist. Diese Volatilität, das war nur ein Vorgeschmack dessen, was uns bevorstehen würde, wenn wir wirklich hier eine entsprechende oder restriktive in Geldpolitischen Kurs sehen würden. Das wäre der Kollaps des gesamten Systems. Und es wäre nicht nur der Kollaps des Wirtschaftssystems, sondern es wäre auch der komplette Kontrollverlust dann in den US-Dollar, auch in den Euro an dieser Stelle. Wir müssen immer noch an der Stelle auch verstehen, dass unser gesamtes Währungssystem und unser Miteinander, unser wirtschaftliches Miteinander auf Vertrauen basiert. Das geht manchen so ein bisschen ab tatsächlich. Aber man stelle sich mal vor, ich gehe in den Laden und kaufe für meine 10 Euro mittlerweile drei Schritten. So dramatisch ist es noch nicht. Aber ich muss schon erstaunlicherweise sagen, wie wenig Brötchen ich mittlerweile, auch wenn das ein bisschen exklusivere Brötchen sind, Käsebrötchen oder so, da hat man ein paar Körner drauf. Aber wenn ich dann da eben für meine acht Brötchen sieben Euro bezahle, dann muss ich schon sagen, also ich kann mich nicht daran erinnern, also ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich zum Beispiel als Zehnjähriger für meine Schrippe damals zehn Pfennig bezahlt habe. Das sind fünf Euro Cent gewesen. Heute bezahlst du für so eine Schrippe im Laden 40 Euro Cent. Das sind 80 Pfennig, also mal zwei gerechnet. Kann man das so sehen? Ich denke, man sollte es vielleicht sogar so sehen, um einfach mal die Relation auch zu erkennen. Und jetzt gehen wir an dieser Stelle einfach in den Laden und zurückkommen auf diesen Gedanken und bezahlen eben mit unserem Geld und tauschen darin gegen eine reale Ware ein. Etwas, was ich für den täglichen Bedarf benötige, zum Beispiel Nahrungsmittel. Und derjenige, welcher, der mir diese Ware verkauft, der akzeptiert diesen Schein nur deswegen, weil er davon ausgeht, dass er mit diesem Schein in den nächsten Laden gehen kann, sobald er Feierabend gemacht hat, um dann für sein Leben entsprechend Geld, Waren eben zu kaufen. Und dieser Tauschmechanismus, der da eben läuft, der basiert einzig und allein auf dem Vertrauen darin, dass ich diesen einen Schein, wo dann eine Zahl draufsteht, entsprechend wieder umtauschen kann. Sobald dieses Vertrauen nicht mehr gegeben ist, sobald die Menschen sagen, ich möchte lieber in etwas anderem bezahlt werden, sobald dieses Vertrauen nicht mehr gegeben ist, da kollabiert dieses Ponzi-Scheme, dieses Schneeballsystem. Und wir bewegen uns kontinuierlich immer weiter eben genau in dieser Spirale jetzt. Und das ist auch das, warum die Politik so einen wirklichen Bock geschossen hat, auch hierzulande. Also wir reden jetzt nicht nur von dem Vertrauen jetzt in zum Beispiel die Wissenschaft generell oder in die Impfung oder dergleichen, die unterminiert wurde durch entsprechende politische Versprechen und dergleichen und die Menschen einfach nur mit dem Kopfschüttel und sagen, also was ihr da erzählt, irgendwie kann ich das alles nicht mehr glauben. Das hat schon viel früher angefangen. Wir erinnern uns mal dran. 2016. Brexit. Donald Trump. Die Verunglimpfung von Donald Trump in den Medien. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich kann den immer noch nicht leiden. Also der ist mir sehr, sehr tiefst suspekt. Und ich werde auch nichts von den kritischen Worten, die ich ihm gegenüber geäußert habe oder hier im Morning Meeting vielleicht auch mal zum Besten gegeben habe, irgendwas daran ändern. Das ändert aber nichts daran, dass mir nicht trotzdem offenbar war, dass da irgendetwas im Argen zu liegen scheint. Und auch die Berichterstattung nicht wirklich neutral oder objektiv sich dargestellt hat. Das hat massiv Vertrauen gekostet. Und dieses Vertrauen, das ist schneller verspielt, als man sich das aktuell, glaube ich, seitens der Politik Willens ist einzugestehen. Das gilt genauso für die Währung. Und just in dem Moment, wo wir eben an dieser Stelle einen kompletten Vertrauensverlust sehen, ist Game Over. Also das bedeutet etwas anders formuliert. In diesem Moment, also aktuell, muss man alle Hebel in Bewegung halten, um das Vertrauen zumindestens im letzten Moment noch irgendwie aufrecht zu erhalten. Sobald jetzt auch noch ein wirtschaftlicher Abschwung käme, eine Depression und demnach also die Leute jetzt dann ihren Job verlieren würden, weil die Auftragslage es nicht mehr hergibt, dass sie beschäftigt werden können und es wirklich an ihre Existenz geht, und zwar an ihre Lebensgrundlage. In diesem Moment bist du nicht mehr bereit, denjenigen, welchen, die es offensichtlich zu verantworten haben, überhaupt noch zu vertrauen. Und deswegen hat die FED gar keine andere Möglichkeit, als dieses Spiel unendlich weiterzutreiben, bis irgendwann mal der eine schwarze Sparen kommt, der das gesamte Kartenhaus in sich zusammenfallen lässt. Und wie gesagt, Corona war ein Trigger, der eins mindestens nach sich gezogen hat, nämlich die Unterbrechung der Lieferketten. Also, und die sind dahingehend problematisch, weil jetzt immer mehr Geld zum Aufrechterhalten eben des Systems reingepumpt wird, noch mehr als zuvor schon bereits, aber zeitgleich ist es auch immer, wie der Güter trifft. Und früher oder später, und das sieht man ja, der Inflationsdruck baut sich ja auf, also das ist ja nicht, wie es dann uns in den Tagesthemen erklärt werden will, der Mehrwertsteuereffekt oder dergleichen, das ist ja vollkommen albern. Es hat damit zu tun, dass einfach zu viel Geld auf zu wenig Waren trifft. Und der Moment wird kommen, an dem eben dann an dieser Stelle, ich sage, oder beziehungsweise der Handwerker, der zu mir nach Hause kommt, der die Wand streicht, der eben sagen wird, du pass mal auf, statt mir hier für meine Dienstleistung 300.000, 500.000 Euro zu geben, gib mir mal lieber eine Flasche Schnaps. Und so fängt dann an, sich ein Schwarzmarkt zu etablieren, wo sich dann auch beginnt. Und das ist etwas, da wird sich dann, oder da zeigt sich dann an dieser Stelle eben auch, wie wenig Macht, in Anführungsstrichen, eigentlich die Zentralbank hat. Also, was immer zugestanden wird, diese Macht hat sie halt nur so lange, dass Vertrauen in diese Zentralbank eben tatsächlich gegeben ist oder die Menschen mit anderen Sachen beschäftigt sind, im übertragenen Sinne und sich glauben, darüber keine Gedanken machen zu müssen. Wenn sie wirklich beginnt zu treffen und wenn ihr Leben beginnt, davon abzuhängen, dann wird sie sich abkoppeln von dieser Instanz. Das Vertrauen wird unterminiert sein und dann beginnen sich eben Menschen untereinander zu vertrauen. Dann werden sich kleine Wirtschaftskreisläufe beginnen zu bilden, Schwarzmärkte eben potenziell zu bilden, wo sich andere Bezahlmöglichkeiten oder ein Austausch von Waren eben beginnt zu herauskristallisieren. Damit das System aber am Laufen bleibt und damit die Obrigkeit weiter entsprechend den Finger draufhalten kann und bestimmen kann, müssen eben entsprechende totalitäre Strukturen etabliert werden, die es zum Beispiel unter Strafe stellen, dann in Zukunft seine Dienstleistungen gegen Schnaps beispielsweise einzutauschen. Das ist ja sehr plump gesprochen, aber nur, dass man mal an der Stelle versteht, warum diese Situation aktuell so brisant ist, aber auch nachvollziehbar ist. Also, wenn du das mal versuchst, neutral objektiv zu betrachten, zu einem anderen Anschluss kannst du gar nicht mehr kommen, wenn du die Situation eben tatsächlich ankommst. Deswegen finde ich es auch so unglaublich interessant, wobei ich mir nicht mehr so wirklich sicher bin, ob das wirklich so ist oder ob das nicht eventuell eine Illusion ist, die da kreiert werden soll, wenn man in sozialen Medien zum Beispiel ja immer noch zwei, drei trifft, wo man sagt, das ist doch total toll, was wir machen. Es geht doch um unsere aller Gesundheit. Unter dem Deckmantel wird uns das alles verkauft. Das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass das ein vorgeschobener Grund ist, um eben das Unausweichliche abzuwenden. Die Frage ist nur, eigentlich ist es eine Frage der Zeit, wann der große Knall kommt, aber dass er kommt, dafür würde ich tatsächlich sogar 1000 Euro wetten. Die werden zwar dann nichts mehr wert sein, aber also sehr plump gesprochen. Und genau das ist eben etwas, was ich aus diesen gesamten Situationen global makroökonomisch eben tatsächlich ablese. Wir schweifen aber so ein bisschen ab. Also wir kommen gleich noch zu Gold und Silber, weswegen Gold dann in diesem Zusammenhang interessant ist. Bitcoin in diesem Zusammenhang, was aber Bitcoin natürlich auch so ein bisschen, ja, problematisch anmuten lässt. Bei allem, bei aller Faszination eben, ich habe das ja schon häufiger mal gesagt, bei aller Faszination für die Technologie der Blockchain und dergleichen, Fakt ist einfach mal, du brauchst Strom. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, den Strom abzustellen. Das ist übrigens auch etwas, das sollten wir nicht unterschätzen. Also noch läuft alles, aber wir stellen uns mal vor, es brechen plötzlich die Grundversorgungsmöglichkeiten ein tatsächlich. Es gibt kein fließendes Wasser mehr, es gibt keinen Strom mehr. Wir sollten uns vor Augen führen. Also ich meine, hier in Berlin, das sind schon fast dramatische Züge. Wenn man mit den falschen Leuten spricht, da willst du gar nicht mehr zuhören. Also wenn du jemanden kennst, der irgendwie jemanden kennt, der beim THW irgendwie tätig ist und der sagt, wie marode unsere gesamte Infrastruktur sich darstellt unter der Erde. Und da gibt es ja auch zwei, drei, die das schon durchaus mal im Morning-Meeting zum Thema gemacht haben. Da können wirklich, da kann wirklich eine Menge, da ist eine Menge Sprengstoffpotenzial einfach gegeben. Ich glaube auch, dann reden wir nicht mehr von den Märkten und Potenzial im Crash und dass man jetzt irgendwie mit einem Long-Wix-Call irgendwie ein bisschen Geld verdient hat oder dergleichen. Ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme an dieser Stelle. Und das sind potenzielle Gefahren, die sich ja mehr und mehr zeigen. Also wir verlieren die Kontrolle und dass es niemanden gibt, der uns dann rettet, in Anführungsstrichen, dass es auch die Regierung nicht wirklich hinkriegt. Das haben wir spätestens gesehen im Hinblick jetzt auf das, nennen wir es mal Pandemie-Management, welches wir zu sehen bekommen haben und welches, nett formuliert, eher schlecht als recht war. Ja, und das in Kombination, wie gesagt, das spiegelt sich auch ganz konkret eben entsprechend in den Entwicklungen an den Finanzmärkten, Stichwort Reverse, Rebos und dergleichen, wieder. Und ist alles andere als eigentlich ein positives Signal. So, jetzt kommen wir mal zum Markt, jetzt kommen wir zum Trading. Also, Bezogene auf den DAX, 16.100, wie kommt dieses Level zustande? Erhöhtes Open Interest. Wir sehen jetzt auch eine relativ starke Expansion auf der Oberseite. Hier, also wir sehen kaum Verkäufer, ganz offensichtlich. Also wir driften immer höher, Breakout jetzt auf neue Allzeithoß, wir halten uns oberhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis an dieser Stelle. Dennoch erkennen wir, das Momentum beginnt sich früher oder später, es wird sich beginnen, früher oder später hier auf der Oberseite abzuschwächen. Wir arbeiten in diesem Zusammenhang hier auf der Stundenbasis potenziell an einer sogenannten bärischen Divergenz, die dann auch deutlicher anzeigen wird, dass sich das Momentum beginnt abzuschwächen. In Ergänzung mit eben dem erhöhten Open Interest auf die 16.100er-Region würde ich in diesem Bereich beginnen, mir Gedanken zu machen für antizyklische Engagements, die vielleicht einen tieferen Pull-in nach sich ziehen, die uns auch zurück unter die 16.000er-Marke führen. Ziel dann 15.9 beziehungsweise darunter eben die 15.800er-Region zunächst. Aber alles in allem bleibt die Volatilität erstmal weiter sehr, sehr niedrig auf jeden Fall. So viel können wir an der Stelle, glaube ich, schon mal festhalten. Also, aktuell vor dem Hintergrund dieses stark überdehnten Modus, wer den direkten Breakout aus der Open Range hier long getradet hat, der wird mit seinem Stop potenziell jetzt aggressiver, sollte aggressiver werden, weil ich denke, wir sind sehr, sehr stark, wie gesagt, überdehnt auf der Oberseite. Ich würde allerdings ausgehend von dem durchmarschieren oder der voranschreitenden Squeeze, wir sind gefühlt um 16.100 Punkte, jetzt nicht über Gewinnmitnahmen nachdenken. Also eventuell, wenn ich Gewinnmitnahmen auf den Weg bringe, dann würde ich eben den Stop erstmal hier trailen bis Bereich 9,76 vielleicht, 9,77 hier unter dieses kleine Konsolidierungstief, sofern man das überhaupt als Konsolidierung bezeichnet. Hier in dem Bereich 25, maximal 50 Prozent einer Position, die ich hier eingegangen bin, in diesen Bereich eventuell geben und den Rest eben mit Take Profit um die 16.090, 16.100er-Region eben tatsächlich halten. Ja, alles weiter darüber hinaus, wie gesagt, schauen wir mal, ob sich hier so eine bärische Divergenz herauskristallisiert. Derzeit scheinen weiterhin alle Zeichen auf Grün und auf Sturm zu stehen. Das ist überraschend vor dem Hintergrund der Signifikanz des Jackson Hole-Events. Wie gesagt, der mögliche Grund könnte sein, dass man sagt, es ist ja genug Liquidität da. Mal schauen, ob es sich dann auch tatsächlich so ausgeht. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass man mit Short-Engagements derzeit auf jeden Fall trotz dieses überdehnten Modus und bei Allerskepsis, die auch gerechtfertigt ist, meiner Einschätzung nach, sehr vorsichtig sein sollte. Es kann durchaus sein, dass wir eben hier den Markt wesentlich, wie John Mayer Keynes mal sagte, wesentlich länger irrational eben sich präsentieren sehen, als wir liquide bleiben oder dann in dem Fall Shorties liquide blieben. Und das ist auf jeden Fall etwas, was Berücksichtigung finden sollte. Wir haben einen ähnlichen Verlauf. Wir können mal kurz auf den Nasdaq schauen. Einen ähnlichen Verlauf auch letztes Jahr gesehen. Und zwar hier. Das war auch August, also so ab Mitte August. Auch historisch eigentlich ein bärischer Monat. Also war auch letztes Jahr schon. Wir haben dann eben diese Drift gesehen. Und dann Anfang September kam plötzlich der Pull-In. Und wir haben innerhalb von zwei Handelstagen, drei Handelstagen, vier Handelstagen ungefähr, haben wir eben diese Aufschläge, die wir ab August hier in Mitte gesehen haben. Damals von ungefähr 10.800 Punkten haben wir wieder aufgegeben. Also von 12.000 sind wir da eben hier, kurz kurz, welchen Niveau sind es? 12.3, 12.4 ungefähr, sind wir dann eben hier in einer kürzester Zeit, sind wir über 10% eingeknickt. Und wir sehen, es war kein Crash oder dergleichen. Aber alleine dieser kurze Anstieg hier, damals der Volatilität, den sollten wir nicht vergessen. Der besteht auch diesmal, diese Möglichkeit. Ich zeige das mal ganz kurz. Hier. Also September, das war Corona. Das war Corona. So, also hier, da sehen wir, das war Ende. Wir drifteten schon aufwärts. Das war schon damals ganz interessant. Wir erinnern uns vielleicht an, der Hauptgrund dafür, nicht mal nur für diesen vertikalen Kursanstieg, den wir gesehen haben, das war potenziell auch eine sogenannte Gamma-Squeeze. Also das bedeutet an dieser Stelle, dass eben immer aggressiver, seitens Retail-Tradern auch an der Stelle eben Optionen gekauft worden sind. Und diese Out-of-the-Money-Lagen, das dann so ein Selbst-reinforcement war und immer mehr, immer mehr Volatilität gekauft wurde, die wohl along waren. Also du kaufst nicht nur Volatilität, wenn du auf fallende Kurse setzt oder auf eine Korrektur, sondern auch, wenn du auf steigende Kurse setzt. Auch da spielt die Volatilität eine Rolle. Die musste abgesichert werden und durch diese Absicherungsgeschäfte hat sich das immer weiter und immer weiter aufgebaut. Demnach tickte dann auch überraschenderweise, trotz zunehmender Hochs oder beziehungsweise neuer Allzeithochs, die wir im Nasdaq markiert haben, entsprechend der Wix nach oben. Und mit der Korrektur dann hier im September können wir sehen, von den Niveaus damals, wir sind noch aus etwas höheren Gefilden gekommen. Also da haben sich sogar noch sogenannte Marketplace angeboten, weil wir den Wix oberhalb von 20 gesehen haben. Aber wir sahen da eben diesen Spike relativ deutlich zurück über die 30er-Marke. Auch das ist durchaus etwas, was man im Hinterkopf halten sollte. Also das bedeutet, es kann durchaus sein, dass diese Drift erstmal zunächst sich weiter fortsetzt, aber früher oder später ist tatsächlich dann zu diesem kurzen Spike eben tatsächlich kommt. Vielleicht in Ergänzung nochmal zusätzlich zu einem entsprechenden global makroökonomischen Trigger-Event wie beispielsweise einer wenigstens Diskussion rund um einen Taper in irgendeiner Form. Oder alleine das böse Wort Reduktion irgendwie, dass es in den Mund genommen wird seitens dann Jay Pauls auf diesem Symposium, wie gesagt. Alleine das wäre durchaus in der Lage hier, diesen kurzen Spike, ähnlich wie auch im letzten Jahr, auf den Weg zu bringen. Also das ist so weiter erstmal die Einschätzung, wie gesagt, im Hinblick auf die aktuelle Situation hinsichtlich der Wohler. Wir gehen mal kurz hier auf, wo haben wir es denn? Einmal auf Gold, damit ich das auf jeden Fall auch noch drin habe. Und dann gleich auch die Vorbereitung für Disney nach den Earnings von gestern. Werfen wir einen Blick drauf und dann auch einmal Mew, Mikron. Aber ich gucke mal eben nochmal ganz kurz hier, weil es gut ist. Ja, sehr schön. Okay, wird alles gut übertragen. Sehr schön. Also das ist schon mal gut. Hier auch. Fein. Okay. Also, ähm... Wir haben, ich nenne sie jetzt mal die Inflection Line, hier um 1750 überwinden können. Gestern hier nochmal einen kurzen Flasch da drunter gesehen. Das war am 12. Hier sind wir kurz da drunter gepiekt. Und anschließend, du kannst ja hier dann erkennen, haben wir ab, ja, 15.30 Uhr haben wir eigentlich eine deutliche Rückeroberung dieses Niveaus gesehen. Und dann auch jetzt ein Trend, ein Intraday-Trend, der sich in Richtung der 1760er-Region eben auf den Weg gemacht hat. Ein möglicher Treiber, sehr wahrscheinlicher Treiber sogar, ist auch hier, dass die Inflationszahlen sich weiterhin in Elevated präsentieren. Ganz kurz. Prices. Und jetzt gucken wir uns mal nicht die Verbraucherpreise an, sondern was wir uns jetzt hier angucken, sind die Produzenten. Also, das heißt, die Erzeugerpreise. Ähm... Da sieht man, gestern sind die Zahlen 15.30 Uhr veröffentlicht worden. Also, es gibt nicht einen direkten Kausalzusammenhang, aber es begann sich dann über den US-Handel doch relativ deutlich dahingehend zu präsentieren. Das sind Month-on-Month-Zahlen übrigens. Also, das bedeutet auf Monatsbasis, nicht verwundert sein, ein Prozent bedeutet, dass auf Monatssicht eben diese Preise gestiegen sind. Wir können mal ganz kurz hier Producer-Price-Change gucken. So, das ist die Yearly-Betrachtung. Das ist Year-on-Year. An dieser Stelle. Und da kann man ebenfalls sehen. 7,8 Prozent. Also, und das ist schon eine Spirale, die sich hier abzeichnet. Also, das ist sehr offenbar. Januar, das Jahr begannen wir bei 1,7. Und seitdem sehen wir einfach fortwährenden entsprechenden Inflationsdruck, der sich bei den Erzeugern widerspiegelt. Also, die Erzeugerpreise steigen und steigen und steigen. Warum? Naja, Lieferengpässe logischerweise. Wenn ich Material verbauen will, welches ich nur sehr schwer beschaffen kann, beziehungsweise an dieser Stelle, welches gar nicht irgendwie verfügbar ist, weil es noch nicht gefördert ist oder dergleichen noch nicht verarbeitet ist durch die Unterbrechung eben der Produktionen beziehungsweise der Lieferketten, logischerweise steigen dann entsprechend die Preise. So, das ist keine große Überraschung. Auf die letzten zehn Jahre ist das schon ein dramatischer Anstieg, der sich hier offenbar widerspiegelt. Auf die letzten 25 Jahre, das letzte Mal, haben wir diese Niveaus hier gesehen. Das war in 2008. Das war kurz vor Lehmann. Auch da platzte dann irgendwann der Ballon. Das Einzige, was wir damals noch hatten, wir hatten eine etwas andere Wahlhöhle. Wir hatten in diesem Zusammenhang ein gesundes, auf Wirtschaftswachstum entsprechend fußendes Ansteigen der Inflation eben tatsächlich vernehmen können. Wir hatten Leitzinsniveaus damals von über fünf Prozent in den USA. Wir hatten noch keinerlei Expansion der Fettbilanz in Folge eines umfassenden QE-Programms oder dergleichen gesehen. Diese Fallhöhe haben wir aktuell eben tatsächlich nicht. Und wie wir schon schreiben, also wie ich es uns schon auch gezeigt habe, es gibt keine Möglichkeit an dieser Stelle, dieses Unterfangen hier zu unterbrechen, wenn man nicht dieses komplette Konstrukt zum Platzen bringen will, was wir hier zu sehen bekommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also die aktuelle Entwicklung hier, auch hinsichtlich der Produzentenpreise, der Erzeugerpreise, zeigt einfach, dass die Inflation weiter auf dem Vormarsch ist. Das ist natürlich für hier beschränkt verfügbare Produkte, wie beispielsweise Gold oder Silber natürlich. An dieser Stelle ist das eigentlich ein sehr, sehr günstiges Umfeld. Jürgen schreibt an der Stelle eben aber auch, das, was wir hier zu sehen bekommen, das passt alles nicht. Ja, das ist richtig. Auch da ist etwas, das hatte ich schon vor einem Jahr gesagt, und zwar damals in einem Spezial. Das war so ein Tutorial, was ich eingesprochen hatte, die Headline der ganzen Sache war, dass ich fragte, ob Gold vielleicht den Head in Richtung 10.000 Dollar zu sehen bekommt. Also diesen Push auf der Oberseite. Und hatte das in Anlehnung gemacht an die negativen Ölpreise, die wir im Mai gesehen haben. Nur halt auf der anderen Seite. Ohne jetzt zu sehr da in die Details zu gehen. Was ich in diesem Zusammenhang jetzt hier Erwähnung finden lassen wollen würde, ist, dass ich in diesem Tutorial damals aber auch darauf verwies, dass das ein ziemlich holpriger Kurs werden könnte, weil man nämlich seitens, in Anführungsstrichen, der Obrigkeit oder der, die eben ihre Macht derzeit aus eben dem Vertrauen in dieses System speisen, dass man das nicht einfach so herschenken wird. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass man auf Gedeih und Verderb versuchen wird, dieses System am Laufen zu erhalten, dieses Schneeballsystem. Und dass man dann in diesem Zusammenhang eben auch weiterhin Maßnahmen ergreifen wird, die in diesem Moment eben dann ganz besonders den Papiergoldmarkt entsprechend eben unter Druck halten. Also das bedeutet eben tatsächlich, dass es hier zu entsprechenden Preismanipulationen kommt und dass man eben versucht, hier ein Bias zu etablieren oder eine Einschätzung zu etablieren, eine Psychologie bei den Menschen vielleicht so auch einzupflanzen, im übertragenen Sinne, die eben hier darauf hindeutet, dass das alles ja gar nicht so wirklich schlimm ist. Also wie macht man das? Relativ einfach eigentlich. Du hast ja hier in diesem Zusammenhang die entsprechende Finanzberichterstattung in den Tagesthemen am Abend. Also diese Menschen, also der Großteil unserer Bevölkerung, der Gesellschaft generell, die sind ja nicht jetzt hier im Morning Meeting. Also leider nicht. Aber der Großteil der Menschen, die schalten abends den Fernseher ein und lassen sich dann eben so ein bisschen beschallen. Was ist am Tag passiert und wie haben jetzt die Finanzmärkte geschlossen? Und ich sag mal so der klassisch konservative Bürger, mein Vater zum Beispiel, meine Mutter, die ist da nicht so ganz interessiert, deswegen mein Vater ein besseres Beispiel, sagt dann, oh hast du gesehen, Gold, aktuell unter Druck. Das ist das, was ihn interessiert. Dann noch ein paar Standard-Blutschip-Unternehmen. Und worauf ich hinaus will ist, naja, wenn ich es in der Finanzberichterstattung sehe, dann, dass am Abend dafür berichtet wird, dass Gold ein Prozent verloren hat, das ist ja Papiergold, also dann manifestiert sich eben hier so eine Denke, naja, das ist jetzt nicht so attraktiv, wie sich das darstellt. Wenn Gold jetzt plötzlich hier stehen würde mit zehn Prozent plus in irgendeiner Form, dann würde das die Menschen hellhörig werden lassen. Das ist unüblich. Also das ist die Leute, die würden jetzt sagen, warum zieht denn Gold so an? Und dann fangen die an nachzudenken. Du willst nicht, dass die Leute nachdenken. Du willst die Leute im Grunde genommen im Denken klein halten. Das hört sich sehr plump an, aber das ist ein ganz simples psychologisches Phänomen, was jeder bei sich selber beobachten kann. Sobald es zu einer Entwicklung kommt, die in irgendeiner Form nicht dem entspricht, was man aus der Vergangenheit kennt, fängt man an, drüber nachzudenken, was könnte denn der Grund dafür sein? Oder man fragt dann auch mal nach. Man geht dann mal zum Beispiel ins Morning Meeting und sagt, erzählen die doch immer so ein bisschen was über die Finanzberichterstattung, das will ich jetzt mal wissen. Oder man guckt auch mal, man googelt mal in irgendeiner Form. Und dann findet man plötzlich heraus, dass dieser Anstieg hier des Goldpreises dann daraus sich speist, dass wir eben entsprechende Inflationssorgen sehen, die geschürt werden oder die sich beginnen zu verselbstständigen. Die Inflation, die man eigentlich generell so mitbekommt, wenn man zum Beispiel sein Brot kauft, aber irgendwie, naja, ob das Brot jetzt halt einen Euro kostet oder einen Euro 50, die 50 Cent macht den Kohlen ja nicht fett. Meine Frau hat gesagt, kauf das Brot, dann kaufe ich das Brot, ich will ja keinen Ärger bekommen. Und jetzt ist allerdings genau dieser Moment dann da, dass in dem Moment, wo sich das eben in eigentlich niedrigvolatilen Assetklassen wie Gold beginnt, wieder zu spiegeln, dass dann beginnen, die Menschen auf einmal nervös zu werden. Und diese Nervosität, die willst du eigentlich nicht. Also das bedeutet, und das ist auch mit etwas, Nervosität willst du eigentlich möglichst rausbekommen. Deswegen ist auch nicht davon auszugehen, dass die FED irgendwie anfängt, oder auch die EZB, diesen Geldzufluss in irgendeiner Form zu unterbrechen und Volatilität an den Finanzmärkten nach sich zieht. Also diese Volatilität macht dich einfach nervös. Und sie bedient aktuell die Skepsis, die sich vielleicht sowieso schon aufgebaut hat im Laufe der letzten Monate. Und im Hinblick eben auf Gold und das, was wir in den Nachrichten berichtet sehen, und was den Großteil der Bevölkerung eben anläuft, sehen wir an dieser Stelle eben da, Gold ist weiterhin eigentlich in zwar höheren Gefilden als noch vor zehn Jahren, weil so lange lässt sich so eine Manipulation dann auch nicht aufrechterhalten. Aber nichtsdestotrotz ist es noch keine Sorge irgendwie, dass irgendwie die Inflation oder so sich widerspiegelt. Dafür müsste der Goldpreis steigen. Das war sehr plump gesprochen. Und das ist absolut richtig. Die Beobachtung ist absolut korrekt. So ausgehend, wie sich die Realverzinsung im Markt darstellt, müsste Gold um ein Vielfaches höher notieren. Das hatten wir ja schon gesagt. Die Realverzinsung ist aktuell auf den niedrigsten Niveaus seit nunmehr fast einem Jahr. Und damals haben wir hier überhandelt. Also wir haben zwischenzeitlich sogar noch unterhalb dieser Niveaus eben tatsächlich getradet. Also noch niedrigere Realverzinsung gesehen, aber trotzdem keinen Anstieg im Goldpreis gesehen. Was wir auch sehen ist, dass die Wohler mit Ausnahme von diesen Flashcrashs hier am Montag und da wird Gold eben aus der Perspektive nur thematisiert. Oh, Gold ist wieder stark unter Druck gewesen über Nacht. Über fünf Prozent verloren. Mensch, also die Nachfrage scheint ja nicht so gut zu sein. Also so viel Inflation kann ja nicht vorhanden sein. Und jetzt ist nämlich genau der Punkt an dieser Stelle, solche Flashcrashs, die werden ja früher als später, wenn sich diese Manipulation nicht mehr aufrechterhält und die Leute ausreichend nachdenken und dann auch dieses Papiergold-System beginnt, ins Wanden zu geräten und die Leute, die vielleicht in Papiergold investiert sind, sagen, ich möchte kein Papier, ich möchte jetzt den realen Wert haben. Dann beginnt die Fassade zu bröckeln und entsprechend wird sich dann auch hier entsprechende starke Nachfrage in Gold widerspiegeln, auch im Papiermarkt, die dann eben sich beginnt, eventuell sogar sehr dramatisch und dann eben vertikal, nur nicht auf der Unterseite, sondern eben auf der Oberseite darzustellen. Nichtsdestotrotz, und das ist das, was eben Keynes auch an der Stelle sagte, Märkte sind wesentlich länger irrational, als wir liquide bleiben können oder wir haben diesen langen Atem, das sagte ich ja auch schon vor über einem Jahr, wer plant, sein Portfolio abzusichern über Edelmetallbestände oder dergleichen? Also die gesamte Entwicklung, die konnte man durchaus ja so, wie wir sie jetzt vorfinden, erwarten. Nicht nur im Hinblick auf die Notenbankpolitik, sondern auch auf die Politik und deren Maßnahmen dergleichen in ähnlicher Form und das Aufrechterhalten der Maßnahmen und das nicht wiederhergeben der damit einhergehenden Machtvergrößerung und dergleichen. Und das, was wir eben jetzt in diesem Zusammenhang hier sehen, ist eben das, worauf ich schon vor diesem über ein Jahr verwies, dass ich sagte, gehebelt willst du in dieser Position nicht sein. Du willst deinen kleinen Goldbestand haben, deinen kleinen Goldbarren, den legst du dir in deinen Safe, abhängig von deiner jeweiligen Liquiditätsperspektive und wie viel Cash du zur Verfügung hast, Vermögenswert und dergleichen, 10, 20 Prozent irgendwie Gold. Physisch Aktienbestände, hier zum Beispiel, Jürgen schreibt auch von Barrick Gold, zum Beispiel können wir mal ganz kurz die Aktie erzeigen, auch stark unter Druck, wieder bis 20 Dollar jetzt gefallen, sogar kurzzeitig mal drunter gewesen, unter dem Niveau, deutliche Konsolidierung unterhalb der 200-Tage-Linie. Hier sehen wir es, schafft es nicht, die zurückzuerobern. Gute Earnings, Earnings per Share, habe ich jetzt gesehen, die haben jetzt am Montag, haben die Zahlen rausgebracht, waren besser als erwartet, eben tatsächlich grundsätzlich, ein grundsätzlich fundamental günstiges Umfeld. Earnings per Share größer, oder über der Erwartung, ist dahingehend signifikant, weil Gold sich ja zeitgleich unter Druck präsentiert hat, also die sind immer noch profitabel dabei, die haben einen positiven Cashflow, das erste Mal in den letzten 25, 30 Jahren, was eben auch massives Wachstumspotenzial, also eine sehr gesunde Bilanz einfach, ein sehr, sehr gesundes Unternehmen, was durch seine positive Korrelation zu Gold eigentlich um ein Vielfaches höher stehen sollte, genau wie der Goldpreis auch, aber diese Assets werden aktuell eben potenziell künstlich niedrig gehalten. Das wird sich aber nicht unendlich so fortsetzen, also das ist ein holpriger Lauf, aber hier ist es eben so, da sind wir dann bei Jesse Livermore, der sagte, it was never my thinking, what got me the big money, but my sitting tight. Das heißt also, es war niemals das große Denken oder dergleichen, was ihn das große Geld verdient hat lassen, sondern das, wo er sein Geld verdienter war, dass er Geduld hatte, sitting tight, einfach auf die Hände gesetzt, gut sein lassen und den Markt ausspielen lassen. Die Geduld ist an der Stelle eben tatsächlich eine Tugend, besonders für solche Hedges, die man gegen potenzielle Turbulenzen eben, sofern sie überhaupt auftreten. Also wie gesagt, sie werden potenziell, sie müssen auftreten, sie werden auftreten, aber wir können nicht sagen, ob es jetzt übermorgen ist, ob es in drei Monaten ist oder ob es in drei Jahren ist eben tatsächlich. Und genau das ist es eben, wo du dann auch nicht gehebelt mit den entsprechenden Assets eben agieren möchtest, sondern wirklich real, physisch, ungehebelt, der reale Wert, deswegen, weil der Hebel und die entsprechenden prozentualen Schwankungen natürlich eine mentale Belastung nach sich ziehen, die es dir schwerer machen, diese Position dann eben tatsächlich zu halten. Ja, also das vielleicht nochmal so zwei, drei Gedanken, auch in dem Kontext, sind wir so ein bisschen sehr abgeschweift. Also wirklich Morning Meeting und so wirklich Trading war das jetzt nicht, aber es hat erstens gut getan und zweitens möchte ich aber dennoch einen finalen Trading Aspekt hier aufdecken, weil ich heute die Aktie auf jeden Fall auf dem Schirm habe. wird potenziell heiß, hat sich gestern schon nachlässig gezeigt, ganz kurz Disney. Disney, Revenue, 17,02 Milliarden gegen 16,8, Adjusted EPS, also Earnings Per Share, Gewinn pro Aktie, deutlich über der Erwartung, 80 Cent gegen 55 Cent erwartet. Das ist aber die wirklich heiße Zahl. Disney plus Subscribers, 116 Millionen gegen 113,1 Millionen erwartet. Warum ist das signifikant? Disney hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass sie ein direkter Konkurrent sein wollen zu Netflix und jetzt hat man sich natürlich gedacht, ist das so eine gute Idee, in Anführungsstrichen, ausgehend von der Größe und dass man dort in einem Bereich, in Anführungsstrichen, beginnt zu wildern, wo man eigentlich, oh weia, hat er das nicht gestern eingefangen? Wo man eventuell nur schwierig eben tatsächlich Fuß fassen kann. Hier, das ist das, was ich suche und Disney plus macht dort eben in Verbindung mit Hulu und ESPN hier an dieser Stelle, die nehmen richtig Fahrt auf. Also die, die haben einen richtig starken Wachstumsfahrt hier eben tatsächlich eingeleitet, haben aktuell in Kombination mit Hulu und ESPN eben 174 Millionen Subscriber, also das ist ein Kernbusiness, die Leute, die eben für diese Streaming-Dienste bezahlen. 209 Millionen hat Netflix, aber was viel wichtiger ist, dass Disney hier in diesem Zusammenhang, das ist noch gar nicht so lange her, 60 bis 90 Millionen Subscriber bis ins Jahr 2024 angepeilt hatte. Also das ist, was sie ausgegeben hatten und haben diese Zahl jetzt schon in Kombination nahezu fast doppelt übertroffen und wir haben das Jahr August 2021. Also das heißt, die haben hier einen unglaublich starken Zulauf, die scheinen qualitativ unglaublich gute Inhalte eben zu bieten, die dann auch entsprechend angenommen werden und diese Zahlen, die sind einfach mega gut, also das sind mega starke Zahlen. Wir sehen in dem Zusammenhang, deswegen ist Disney auch interessant, weil wir haben nämlich hier seit einiger Zeit eine Konsolidierung seitwärts zu sehen bekommen, mit Schlüsselniveau hier auf der Oberseite um rund 185, also diese Region hier ungefähr und diese haben wir jetzt tatsächlich in Folge dieser Earnings tatsächlich überwinden können. Das sehen wir hier im nachbörslichen Handel, da kommt von 180 ausgehend dieses Gap ab, das heißt also, wir werden oberhalb dieses technisch relevanten Niveaus werden wir eröffnen um 184, also deutlich bullisches Gap, was wir hier zu sehen bekommen, starke Earnings und also das bedeutet jetzt sehr konkret gesprochen, wenn ich mir diese Niveaus jetzt hier derzeit anschaue, ich sehe maximal einen Pull in bis 186, sofern wir ihn überhaupt zu sehen bekommen, also einen Rücksetzer, das könnte dann schon ein Retest sein, Gap Close und ein potenzieller Long Trigger, wenn wir diesen Bereich halten können, auch für einen Lauf in Richtung Allzeithochs bis 200 kommende Woche, sollten wir tatsächlich zur Eröffnung einen bullischen Drive sind, also aktuell ist natürlich ein ganz dünnes Umfeld hier, da ist noch nicht viel passiert, aber sollten wir um oder über 190 eröffnen und dann auch oberhalb vom Volumengewicht den Durchschnittspreis uns halten, dann ist auch das ein klar bullisches Signal, welches als nächstes Kursziel einfach, wie wir es hier erkennen können, hier die 200er Region in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, also auf ein psychologisches Level und auf jeden Fall für heute ein potenziell Heisert-Kandidat, wie gesagt 190 den Inflection, oberhalb von WeWarp ist das ein grundsätzlich bullisches Umfeld und das kann auch trotz einer relativ geringen ATR, eigentlich von 3,30 Dollar haben wir aktuell, ich füge mal hier ganz kurz was ein, Indikator, wo habe ich denn, Indikator, einfügen, Average und hier möchte ich gerne einmal die 22 haben, also für die letzten 22 Handelstage, so, da kann man das sehen, ATR, ja 3,27 Dollar, 3,30 Dollar, das ist eigentlich nicht so volatil, das Interessante ist aber, dass sobald eben solche technischen Breakouts sich zeigen und das haben wir häufig auch schon in der Vergangenheit gesehen, Ausbrüche auf neue Allzeithochs, dass Gaps gehalten werden zum Beispiel, dann über längere Zeit ab Dezember, das ist rund vor einem Jahr gewesen, damals mit einem Gap Up ebenfalls in Folge, sehr, sehr starker Earnings, dass wir dann in diesem Zusammenhang eben durchaus einige Meter machen können und vor dem Hintergrund, ich habe das mal hier vorbereitet, vor dem Hintergrund, dass die Institutional Ownership aktuell, also das heißt, das Institutionelle, die Institutionelle Nachfrage bei nur in Anführungsstrichen 66,4% liegt und dass so ein starker Wachstumsfakt ist, den man jetzt eingeschlagen hat und dass man hier potenziell sich zum direkten Konkurrenten von Netflix eben aufschwingt, das ist durchaus etwas, was dann auch das institutionelle Geld anziehen könnte und was dann zusätzlich noch einen entsprechenden Bullischen Drive nach sich ziehen könnte. Ob der jetzt unbedingt heute auf den Weg kommt, gebracht wird, vielleicht warten die Instis erstmal ab in den Wochenschluss hinein, gucken erstmal, ob das Gap gehalten werden kann und dergleichen und wenn sich das dann zeigt, dann kommt eventuell ab der kommenden Woche nochmal Nachfrage, die uns in Richtung der 200er Region eben befördert. Also Trading-Technisch auf jeden Fall heute schon mal interessant und dann auch in der kommenden Woche auf jeden Fall Play, sicherlich abhängig vom Close heute und dergleichen, aber durchaus eine Aktie, die man jetzt auf dem Schirm haben sollte. So, ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe, meine Gedanken haben jetzt nicht zu viele negative Ideen getriggert, tatsächlich. Also man kann auch die aktuelle Situation nutzen und so versuche ich es auch zu handhaben, eben wachsen zu wollen aus der aktuellen Situation, auch wenn es nicht leicht ist, weil es werden doch einige Steine an der einen oder anderen Stelle sicherlich in den Weg gelegt. Aber dennoch, also ich glaube, es ist wichtig, auch jetzt im Hinblick eben auf die anstehenden politischen Entscheidungen, Bundestagswahl und dergleichen, sich diese Gedanken zu machen. Das zeigt einfach, dass man interessiert ist und sich seine Sorgen eben macht und auch seine Ideen dann für die Zukunft eben formuliert. Sollten wir von dem Hintergrund dessen, was ich eben gerade skizziert habe, vielleicht auch dann hier in Deutschland, eher den linken Pfad einschlagen in Anführungsstrichen und eventuell es doch doch rot-rot-grün werden oder dergleichen, dann muss man sicherlich an der Stelle auch mal ernsthaft sich Gedanken machen, ob es nicht vielleicht Zeit wird, sich anderweitig umzuschauen und ob Deutschland dann noch die Grundlage oder das Fundament bietet, welches du einfach als Freischaffender, Gerne Schaffender und freier Mensch eben dir wünschst, um deine Vision eben von einer Welt und der deine Kinder dann in Zukunft leben eben tatsächlich hergibt. und wenn es das nicht eben ist, dann gibt es auch andere schöne Länder auf der Welt, die da etwas freier tatsächlich aufgestellt sind und die auch mit sehr, sehr viel mehr, wie soll ich sagen, Freude in Anführungsstrichen, dich in Empfang nehmen, sehr gastfreundlich sind und sagen, hier kannst du gerne deine Vision eben verwirklichen, verselbstständig oder selbstständig dann auch erarbeiten und uns alle davon nicht nur profitieren lassen, sondern mit uns gemeinsam eben an einer besseren Welt eben tatsächlich für die Zukunft eben Visionen eben entsprechend arbeiten. So, aber wie auch immer, also auf jeden Fall, ich hoffe, dass es mir nicht überlebt, dass wir jetzt tradingtechnisch nur Disney hier zum Schluss gemacht haben, aber es könnte durchaus ein heißer Titel werden, also eventuell waren jetzt die letzten Minuten auf jeden Fall Lohnsfeld für alle, die die tradingtechnisch hier im Fokus haben und abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne ein Like hier, falls euch das Webinar gefallen haben sollte, habt ihr Fragen, Gedanken, sonst dergleichen, gerne, wie gesagt, unterhalb des Videos einen Post absetzen, auch gerne im Forum über Twitter und dergleichen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu lesen und am Montag schauen wir uns wieder dann das Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets an, 10.30 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann. Happy Trading. Macht ein schönes, habt ein schönes Wochenende, erohlt euch gut und bis dann und tschüss.